Und jetzt kommt er, der Botschafter für modernes Projektmanagement, Chris Schiebel. Also wir sind total aus der Zeit, aber ich finde es großartig, dass ihr euch dafür Zeit nehmt. Das ist wichtig und spricht auch für die Veranstaltung. Klasse Veranstaltung, toll, dass wir dem jetzt gemeinsam die Krone aufsetzen dürfen. Und ihr Volunteers und alle, die mitgewirkt haben, und dort draußen habe ich eine wunderschöne Wand gesehen mit den Highlights, die von uns als Besuchende ausgeführt wurde. Gebt euch ruhig diese vielen Kudos und Schulterklopfer, ist toll. Ich finde es auch super schön, dass ihr noch geblieben seid, so zahlreich. Und für die, die mich kennen, denen ist klar, was da los ist. Für die, die mich nicht kennen, die werden vielleicht verwirrt sein. Warum bringt der Chris sein Fahrrad mit auf die Bühne? Das ist immerhin geputzt. Und dabei hilft mir regelmäßig mein Sohn, der ist jetzt zweieinhalb. Und während wir dann so das Fahrrad putzen, plaudern wir ein bisschen. Er will dann meistens wissen, hey, Papa, was machst du mit dem Fahrrad? Wo fährst du hin? Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich zu euch fahre, nach Frankfurt, worüber wir uns unterhalten. Und an irgendeiner Stelle muss ich sowas gesagt haben wie, lass uns über den Elefanten im Raum sprechen. Und dann gucken mich ganz große, mandelbraune Augen etwas verwirrt an. Papa, welcher Elefant? Dann ging mir sehr, sehr schnell auf, okay, I didn't explain it like he's too. Also das war nicht gerade für einen Zweijährigen. Und gestehe dann, als Papa nicht immer ganz einfach, okay, ich habe Quatsch erzählt, es gibt keinen Elefanten. Große Enttäuschung. Und dann ein sehr witziger Moment, Papa, nimm doch meinen Elefanten mit auf die Bühne. Und dann hat er mir später den hier gegeben. Und ich würde sagen, wir unterhalten uns über den Elefanten im Raum gemeinsam. Fangen wir mal mit der Definition an. Habt ihr heute in euren Vorträgen auch oft erlebt oder gemacht. Looking for a project manager that rocks, honk twice. Also wenn du gerade auf der Suche bist nach einem Projektleiter oder Projektleiterin, die es drauf haben, dann einfach zweimal hupen. Warum? Weil ich der Überzeugung bin, die guten Projektleitenden dieser Welt, die finden wir schon auf der Straße. Zumindest ging es mir so. Mich hat da mein ehemaliger Arbeitgeber gefunden. Und zwar war das 2016 in Kanada. Stellt euch vor, ihr reist in das Land eurer Träume, dürft dort leben, dürft dort arbeiten, aber eben nur unter einer Bedingung. Ihr habt dort einen Job. Wenn ihr keinen Job habt, müsst ihr demnächst gehen. Das Visum läuft aus und dann tut es einem leid, dann wart ihr nur Tourist. Die große Challenge für mich war also, wenn ich in Kanada bleiben möchte, einen Job zu finden. Und das war gar nicht so einfach. Und hat eine Weile gedauert. Und es waren gut 50 Bewerbungen. Nichts ging vorwärts. Und meine Frau sagte nur, hey Chris, überleg mal. Du musst es nur schaffen, irgendwie ins Gespräch zu kommen. Idealerweise vor Ort. Aber ich bin immer an HR gescheitert. Ich hatte keine kanadische Working Reference. Die konnte mit meiner Uni nichts anfangen. Auch wenn es die BA in Mannheim und Wirtschaftsinformatik war, ist denen in Kanada egal. Viel zu weit weg. BMW, ja. Aber in München, Deutschland, wir sind ja keine Autobauer. Also immer an diesem Filter geschaltet. Und dann überlegt mal, wenn ihr jetzt den Bewerbungsprozess radikal reduzieren müsstet, auf das, worum es in einer B-Werbung geht, dann sind wir ganz genau dort. Da steht alles drauf. Dachte ich mir. Meine Frau nur mit dem Kopf geschüttelt. Ein bisschen radikal. Dachte ich, ich probiere es. Der Rucksack gehört dazu. Das Fahrrad gehört dazu. Warum? Ich habe mich aufs Rade gesetzt. Einfach diesen ganzen Bewerbungsprozess, der mich eh deprimiert hat. Der euch wahrscheinlich auch deprimiert hätte. Nach 50 Bewerbungen ohne Bewerbungsgespräch vor Ort. Und beiseite geschoben und gesagt, ich setze mich aufs Rad. Und was ist dann passiert? Absoluter Game Changer. Das hing auf meinem Rücken. Ich musste durch die Stadt auf dem Weg zu den Trails. Jeden einzelnen Tag hat jemand gehupt, angehalten. Und ich hatte am Straßenrand meine Bewerbungsgespräche. Glücklicherweise im Rucksack den CV drin. Aber das war ja vorbereitet. Ich habe es ja darauf angelegt. Und so kam the best Canadian workplace im ganzen Land auf mich. und wir zusammen. Und ich habe dann dort gearbeitet. Also ich habe wirklich einen Traumjob gefunden. Bin darüber heute noch sehr glücklich. Und habe auch mir gedacht, hey, wenn das geklappt hat, diese Art Abkürzung, dieser Einfallsreichtum mit ein bisschen Radikalität, mit ein bisschen freiem Denken, das wende ich auch auf meine Projekte an. Und ich habe realisiert, meine Vorbilder im Projektmanagement tun genau dasselbe. Die nehmen sich freie Ratten raus, die denken radikal anders, die erlauben sich auch mal anzuecken. Und deswegen sprechen wir heute darüber. Die moderne Haltung von Projektleitenden, Projektleitende als freie Radikale. So, was macht das mit euch? Wir lassen es mal darauf ankommen. Ihr könnt ja schon mal im Hinterkopf überlegen während der Keynote, was für euch frei und radikal wäre, was das bedeuten würde. Und wie das geht, wie wir das hinkriegen, da helfe ich euch ein bisschen. Ich habe ein Experiment mitgebracht. Die Aufgabe, die ihr jetzt, jeder Einzelne von euch bekommt, ist, diese neun Punkte mit vier geraden Linien zu verbinden, ohne abzusetzen. Jetzt habt ihr keinen Zettel und Stift dabei. Macht das einfach imaginär mal mit dem Finger in der Luft. Versucht, diese neun Punkte mit vier geraden Linien zu verbinden, ohne abzusetzen. Und wer es hat, gerne mal aufstehen. Danke, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Merkt euch die, die gerade gestanden haben, das sind unsere freie Radikale im Raum. Die denken radikal genug und sind wahrscheinlich auf eine Lösung ähnlich wie die hier gekommen. So, wovon habt ihr euch nicht abhalten lassen? Von der Box drumherum, die ich da einfach so platziert habe. Ihr habt das System, was ich euch vorgegeben habe, um die Umgebung, die ja auch Teil des Systems ist, erweitert und so wahrscheinlich ziemlich genau die Lösung gefunden. Wo ihr jetzt angefangen habt, weiß ich nicht. Behaltet die im Kopf. Und alle anderen, nehmt das weiter als Einladung, zu überlegen, was ist frei und radikal für euch im Projektmanagement? Ich sage, das ist die Zukunft. Und wenn ich das so einfach daher sage, dann ist natürlich die Frage, wenn das die Zukunft ist, wo stehen wir denn heute? Und dafür habe ich euch was mitgebracht, das kennt ihr alle. Wer Trainer ist, bringt das als Basiswissen, die Stakeholder-Analyse, die Stakeholder-Matrix mit in seine Trainings. Alle anderen performen das, managen hoffentlich ihre Projekte mit einer Stakeholder-Analyse. Und die Frage ist ja, wo stehen wir heute? Wir müssen das gar nicht für wir beantworten. Du, ihr könnt das für euch selber beantworten. Wo in der Matrix steht ihr? Box A, B, C oder D? Beantwortet es ruhig ehrlich. Ihr müsst nicht mit mir teilen und auch nicht mit euren Sitznachbarn. So, ich bin ja unter anderem Projektmanagement-Trainer. Teile ich diese Übung und Aufgabe auch immer in meinen Trainings aus. Und meistens landen die Projektleitenden genau dort in Box B und D. Und die O-Töne sind häufig so was wie, naja, meine Projekte suche ich mir ja nicht aus. Oder ohne die Linienverantwortlichen, das Steering-Komitee, sind wir ja gar nicht handlungsfähig, die treffen die Entscheidung. Ohne können wir gar nicht. Die Entscheidung treffen nicht wir. Wir müssen uns mit allen abstimmen in der Organisation. Und deswegen ist das Zögern groß, sich in A oder C zu packen. Viel Einfluss spüren sie meistens nicht. Und in den Trainings beantworten wir dann immer erst mal, dafür ist ja die Stakeholder-Analyse da, welche Strategie wende ich denn dann auf Box A, B, C, D, Stakeholder an? Jetzt müssen wir es leider kurz auf uns anwenden, wenn wir in B oder D drinnen stehen. Und das ist nicht so rosig. Da steht in B, keep informed. Stellt euch einen Projektleitenden vor, der sich nur noch up-to-date hält, aber nicht mehr Einfluss nimmt. Oder noch schlimmer, minimize the effort and monitor. So richtig ins Verwalten, reaktiven Motus abrücken. Und das ist dummerweise ganz natürlich. Ob wir wollen oder nicht, die Haltung, die wir dann einnehmen, wenn wir keinen Einfluss haben, das ist schlecht für unsere Motivation. Und langfristig ziehen wir uns dann einfach zurück, weil wir merken, da ist zwar Stress und Druck und hohe Erwartungen, aber wir haben ja gar nicht die Hand drauf. Wir können ja gar nicht gestalten. Euch ist allen klar, mit der Haltung wird das nichts. Je komplexer die Projekte werden, je schwieriger und größer, desto eher trifft diese Aussage zu. Und ich finde, da oben spielt die Musik. Da leben die freien Radikale. Da wollen wir hin. Und wenn ihr jetzt an der Stelle radikal immer schon mal ein bisschen zusammengezuckt seid, dann habe ich eine Idee, woran das liegt, weil ihr spürt das oder ihr habt es sogar schon erlebt. Und vor allen Dingen wisst ihr um die Bedeutung dessen, was es bedeutet, wenn ich ein Box A-Stakeholder sein möchte. Und dafür habe ich euch die vier radikalen Ja's von Projektleitenden mitgebracht. Das ist ein Ja sagen zum Netzwerken, ein Ja sagen zu mehr Kommunikation, ein Ja sagen zu mehr Verantwortung und auch ein Ja sagen zur Konfrontation. Ein Ja zum Netzwerken, weil, ich habe es vorhin schon betont, und wir haben es jetzt öfter in zwei Tagen gehört, gute Projekte beruhen auf guten Beziehungen. Und genug kommunizieren kann man fast gar nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn wir abhängig sind von anderen, wenn wir die auf unsere Seite bringen wollen, wenn wir sie motivieren wollen, mitzuziehen, mitzudenken, vorauszugehen und wirklich ein Powerhouse zu entwickeln, wo nicht alles von der Projektleitung abhängt, ob die die Strippen zieht. Mehr Verantwortung? Selbstverständlich, wenn wir wirklich Dinge von herausragender Bedeutung erarbeiten wollen, dann geht es nicht, dass wir in den Verwaltungsmodus fallen. Und mehr Konfrontation? Ja, das heißt auch ab und an anecken, unbequem sein. Und das fühlt sich nicht immer toll an, sich das zu holen, was ich an Ressourcen und an Umgebungsbedingungen brauche, um erfolgreich zu sein. Wir nehmen es mal etwas plastischer oder wir versuchen mal noch mehr Griff ranzubekommen an mehr Netzwerken, mehr Kommunikation. Und ich habe euch da ein Zitat mitgebracht und ihr selber denkt euch mal rein in die Situation. Wenn ihr euch frei und radikal bewegt im Unternehmen, in eurer Organisation, dann müsst ihr an eine Sache immer andocken können. Und das sind die Menschen. Und bei mir kommt da immer die Geschichte von Mary Moore-Keel, die arbeitet für Schaeffler. In Erinnerung, die ist schon seit 30 Jahren im Projektgeschäft und mit der hatte ich mal ein Interview und sie sagte, ich bin locker mit weit über 1000 Leuten vernetzt. Und weißt du, Chris, was das Schöne ist? Ich kann die alle anrufen, die nehmen sogar ab und wenn ich sie brauche, helfen die mir. So schätzt sie ihr Netzwerk ein. Das macht für sie den Unterschied und das ist weit weg von selbstverständlich. Und deswegen müssen wir uns als radikale Projektleitende in Zukunft an Folgendem messen lassen. Klar an Performance, aber nicht nur an diesen Roaring Motors und Spitting Pipes Teil, also die harten KPIs von Budget, Zeit, Qualität, ihr kennt sie alle. Und es nützt auch nichts, ausschließlich auf Value Maximization zu gucken, also Wertemaximierung, ausschließlich auf Durchsatzoptimierung, Effizienzen steigern, Verschwendung vermeiden, sondern wir sollten alle mal gedanklich das Oxford Advanced Learners Dictionary aufschlagen und uns mit der zweiten Bedeutung von Performance vertraut machen, nämlich dieser. Und die kennt ihr alle. Wenn ihr vom Konzert eurer Lieblingsband zurückkommt und gefragt werdet, hey, wie war es? Oder wenn ihr zur Winter-Olympiade, Sommer-Olympiade mitfiebert, wer die Medaillen gewinnt, dann wird ziemlich schnell klar, die B-Note hat sehr wohl eine sehr starke Relevanz. Und deswegen sollten wir vor allen Dingen auch auf radikale, softer Performance Indikatoren gucken, allen voran psychologische Sicherheit. Was meine ich damit? Wir gehen wieder einfach in eure Erfahrungswelt, in das, was ihr täglich erlebt. Wenn ihr ein Meeting habt und die Leute kommen gar nicht erst, dann ist das ein klares Zeichen davon, dass was nicht in Ordnung ist, da passt was nicht. Wenn ihr in kritischen Situationen eine Teamdynamik beobachtet, wo alle gereizt sind, dünnhäutig oder genervt, wisst ihr, dass was im Argen ist. Da braucht ihr keine KPIs von Kosten, Qualität und Zeit, die kommen normalerweise auch erst danach. Die reagieren erst zeitversetzt darauf, was ihr jeden Tag im Alltag, in den Meetings oder Nicht-Meetings, in der Zusammenarbeit spürt, in dem Miteinander. Oder wenn ihr sagt, hey, gemeinschaftliche Lernkurve, Lernkurve was? Oder gemeinsame Ziele? Nee, jeder hat ja irgendwie sein Ziel. Jeder kocht sein Süppchen. Wenn ihr merkt, dass intrinsische Motivation, Überzeugung, Vertrauen, eher was ist, was bei allen auf der Wunschliste landet, als statt es gelebt wird und wirklich offen zum Thema gemacht wird. Wenn Störungen, Unterbrechungen die Regel sind, wenn die Leute sich gar nichts mehr trauen zu entscheiden und die wenigen, die sich noch trauen, zum Engpass werden, dann haben wir ein Problem und das steckt nicht nur in den harten KPIs. Und deswegen sage ich, mehr Macht, mehr Power für die Projektleitenden, denn ohne diesen Einfluss, diesen Handlungsspielraum wird die kaum irgendwas auf Dauer motivieren, wird euch nichts auf Dauer motivieren. Und vor allen Dingen einen Stopp an zu versuchen, in Projekten alles mit dem Traditionellen so läuft die Orga nun mal Halt zu lösen. Deswegen, weil, naja, dann kämpfen wir uns durch die zähe Kruste, die wir Hierarchie nennen, dann müssen wir alles abstimmen, mit dem Abstimmen kommt häufig ein politisches Schönen, ein Verwässern, aber nichts Besonderes mehr raus, nichts, was nachwirkt, nichts, was wirklich dieser Ambitionen mit den Projekten, was von Bedeutung zu schaffen, irgendwie gerecht wird. Und das zieht natürlich nach sich, dass wir mehr Verantwortung annehmen und dass wir in die Konfrontation gehen und darüber, dazu brauchen wir ganz sicher Schuspe, also Unverfrorenheit, Mut, Durchsetzungsvermögen, aber auch Hartnäckigkeit, Einfallsreichtum und eine gewiefte Gewitztheit, Dinge durchzusetzen, von denen ihr überzeugt seid. Und deswegen ist modernes Projektmanagement nicht nur ein Thema von Skills, sondern vor allen Dingen eines von Charakter und Personality. Und einer, der das sehr schön zeigt, ist der Max Zorn. Max Zorn ist ein Künstler und ich nehme euch mal mit in die Ausstellung, die ich besucht habe, wo er in einem dieser vielen Räume ein paar Bilder an der Wand hatte. Da war zum Beispiel das hier und das und das und ich dachte mir so langsam, naja, welcher Filter ist das im Photoshop? Und dann lief da ein Video und dann wird euch klar, was frei und radikal bedeutet. Es gibt keinen Ton, lasst einfach die Bilder mal auf euch wirken. Aus der需要, das ist das, es ist der Künstler, Und dann schlafen, ACK8. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.